In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KM hat die Zollverwaltung zusätzlich... ...sogenannte schweizerische Erläuterung zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Klammer 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 zum Beispiel Bündnerfleisch.